Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play Video. Ich bin's, der Striker PS und bevor es jetzt richtig losgeht, noch eine kleine Ankündigung. Das Hauptvideo jetzt gleich wird auf Eifler Platz sein. Das mache ich auf Bitte von einem Bekannten. Und ja, schreibt mir doch in die Kommentare, ob ich öfter in meinem Heimat-Dialekt Let's Plays machen soll oder nicht. Ich bin auf eure Meinung gespannt und wir sehen uns gleich. Ciao. So, ja. Moin und hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Let's Play. Ich bin's, der Striker PS und ja. Am letzten Part hör mir, dass ob Aleksandrovs bemüht, irgendwie der Tina zu krallen und hockt's nochmal, guckt mal, moin. Noch eine kleine Sache, wenn ihr der Leihvideo seht, assit samstig, wahrscheinlich samstig moin. Oder, also, wirklich samstig moin. Ja, und wie gesagt, da leidest du ein Versuchsvideo, ob ich, ob ich gut erkennt, ob ich dann nicht will, am Eifler Dialekt schwätzen oder nicht. Ja. Das ist, weil von mir, wenn ihr seht aus, weil... Ja, ähm, sorry für den Link. Ja, blablabla. Ja, da macht's so. Ach so. Ja, ich... Ja, ich... Äh, nicht so der Fan von den großen Schlachten. Ah. Hilfe, weil nenne ich so. Okay, da ist ein Riesenschlacht. Ne, ne, ne. Tut mir leid. Gott, das sind ja im Moment nicht all so ein Grußschlachten. Ähm, das ist natürlich ganz und gar nicht, wie gesagt, ohne, äh, ja. Fabrik DM, wie viel sind das da? Ja, gut, das passt auch. CTF, äh, sind jetzt so da vorne hier, ja. Ja, grad die Entscheidung, die ist heftig. Ach, geh mal mal an Fabrik DM. Ähm, ja, geht mal nicht, dass ich, ich mein, mit der neuen Entscheidung, weil es so ein bisschen abgehalten hat. Ähm, wie gesagt, der Leihvideo ist einfach nehm, ob ich das platt. Und, äh, ja. Wie gesagt, schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr das gut fand, ob ihr das netto wollt. Und, ähm, ob ich nie Videos, ob, ob, ob Blatt machen soll oder ob nicht, da das ich überlasse. Also, eier Meinung. Gott. Ich weiß noch nicht mehr, warum, komplett Verschluss. Ja, ist ja egal. So. Eier dann. Ja, was kennt der, weil. Ach, und für diejenigen, die nicht gerade außer Eiffel kommen und die Eiffel-Platt nicht verstehen. Kein, so ich, ich mach nur noch Dage, beziehungsweise, ja, doch, Dage in der Titel. So, dass ihr da wahrscheinlich auch doch noch verstorben könnt, was ich dann halt überhaupt für irgendeinen Kram labern. Gott, die Hälfte vom Video ist halt vorbei und das leert nicht. Das ist auch immer wieder schon. Ja, hopp. Ich schon nicht ein ganzes Neues. Okay, der Lord, das will, will ein Mivi sch- Oh, shit. Ach, wie schlecht. Okay, dann nehme ich Hilfe. Oh, huhu. Wir leben mal noch nicht, aber noch, ja. Barbarisch viel Glück gehabt. So, und weg. Nichts viel. Alter, was tun die doch alles hier vor? Ah, Gott. Der Lord schmeckt mir, weil ich war auch nicht. So, ich sch- So, sch- So, ja jetzt. Wieso, warum hier der Lord so klar? Ja. Wir gehen, wir gehen, wir gehen. Wir gehen, wir gehen. also wenn ich will auf Platz schweizen ich frau mich zum Deal schlimm ach riecht das für ein Treff ach komm da hat das halt nicht mehr Schingen ich wär besser in einer Schlacht gegangen merke ich so aber das hat nicht mehr Schung ja für die die Platz schweizen und mich noch nicht kennen gefragt sich sicher woher ich komme ja also ich schweizen weil am Moment so ein bisschen das Licht über eine Platte komm ah wat wie fluttert der bitteschön im Geschoss ach ne das wollte ich auch so eine andere Fritzkine ja ich hab nicht überhaupt ge... fuck ne das mal nicht liegt ich will das Video nicht so schlimm beenden so flitt beenden aber ich merke grad das Ding hat sich abgehangen ich hab noch kein Netz mehr ja da geht jetzt ich glaub in den nächsten Kerl ihr könnt bald so lange noch das Ding in den Ohr starren bis dahin ein Schumpzeit bis zum nächsten Video was ihr übrigens das Namen sich kennt und ja bis dahin ein Schumpzeit Iron Striker LPs und tschüss 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 bis zum nächsten Mal